Mustafa Dalib ist ein ehemaliger französisch-algerischer Fußballspieler, der den größten Teil seiner Karriere bei Profivereinen in Frankreich absolviert hat, Vereinskarriere. Der in seiner Zeit noch französischen Algerien geborene Mustafa Dalib kam als Kind mit seinen Eltern nach Festlandsfrankreich, wo sein Vater eine Anstellung als Kraftfahrer gefunden hatte. In dem Adenendorf Loimond begann der bald muss oder muss gerufene, eher zierliche Junge bei einem Amateurclub mit dem Vereinsfußball. Dort entdeckten ihn Talentspär des CS Sedan. Für dessen Erstliga-Elf er als 1,7-Jähriger zu seinem ersten Punktspieleinsatz kam, auch in der folgenden Saison wurde er darin einmal eingesetzt. Nach Sedans Abstieg Mitte 1971 bestritt er auch noch zwei Spiele in der zweiten Division, ging dann allerdings, um seinen Wehrdienst abzuleisten. Nach Algerien zurück und trug dort den Dress von CR Belcourt. Mit dem CRB wurde er 1972 Vizemeister und in dieser Zeit auch zum algerischen Nationalspieler. 1973, 74 spielte er wieder für den CS Sedan. Wer am Saisonende erneut aus der Division 1 absteigen musste, Talib hatte bei 27 Liga-Einsätzen 17 Tore für seine Mannschaft geschossen und damit den elften Platz unter den besten Erstliga-Torjägern Frankreichs erreicht. Was ihm einen Vertrag beim Hauptstadtverein Paris Saint-Germain und den Verbleib in der höchsten Spielklasse sicherte. Bei PSG war der anfangs auf dem linken Flügel oder im Angriffszentrum als Stürmer. Später oft im offensiven Mittelfeld eingesetzte Muster for Dalib in den folgenden Jahren unter Präsident Hechter und Trainer Fontaine, beziehungsweise deren Nachfolgern eine unverzichtbare Größe. Bis 1979 gelang Paris zwar stets nur ein Mittelfeldplatz in der Abschlusstabelle, Aber der Algerier schoss sich vor allem dank seines linken Zauberfußes in der Saison 1976-77 still mit 22 Treffern sogar auf Rang 4 der Torjägerliste. Längst war er, dem neben kreativen Qualitäten auch taktisches Geschick attestiert wurde, zum Publikumsliebling im Prinzenparkstadion geworden und blieb dies bis zuletzt. Die Fans mochten die atemberaubenden Dribblings dieses Instinkt-Fußballers. Seinen intensiven Einsatz, der dabei oft spielerisch wirkte, und seine Fähigkeiten als Vorbereiter wie als Vollstrecker. In der Folgezeit verstärkte PSG sich personell kontinuierlich, so kamen unter anderem Jean-Michel Lache, Carlos Bianchi, Dominique Baratelli, Jean-François Beltramini, Dominique Bartnay, Luis Fernandes und Sabu Bakar und schloss ab 1980 regelmäßig auf einem einstelligen Tabellenplatz ab. Für einen Meistertitel reichte es trotz weiterer namhafter Zugänge während Dalibs Zeit zwar nicht. Aber den Pokalwettbewerb gewann er dafür gleich zweimal. 1982 setzte Paris Saint-Germain sich im Endspiel, wenn auch erst nach Elfmeterschießen, gegen die Assentizien durch. Und ein Jahr später bekam Mustafa Dalib nach einem 3-2-Erfolg gegen den FC Nantes erneut die Pokalsieger-Medaille überreicht. Wenngleich er in diesem Finale erst zu Beginn der zweiten Halbzeit dafür Tenantes noch mit 2-1 eingewechselt wurde. Bei den ersten internationalen Auftritten von PSG im europäischen Pokalsiegerwettbewerb bestritt Dalib 8 der 10 Pariser Begegnungen. 1982, 83. gegen Lokomotive Sofia, Swansea City und Torwartaschei. 1983, 84. gegen Glentoran Belfast und Juventus Turin. Ein Torerfolg gelang ihm in diesen Spielen allerdings nicht. Im Sommer 1984 verließ er nach zehn Jahren, in denen er zum erfolgreichsten Ligatorschützen der Vereinsgeschichte von Paris Saint-Germain geworden war. Dieser Rekord hat bis in das 21. Jahrhundert hineinbestand die Hauptstadt in Richtung Mittelmeerküste. Dort kam er für den 2. Visonero G10-A zwar nur noch in etwas mehr als der Hälfte der Ligaspiele zum Einsatz und erzielte nur noch drei Treffer. Aber am Saisonende feierte er mit seiner Mannschaft den Aufstieg in die Division 1. Danach beendete Muster Ferdalib aufgrund zunehmender Kniegelenksbeschwerden. Er hatte sich in seiner Zeit bei PSG zwei Meniskus-Operationen unterziehen müssen, nach insgesamt 297 Partien mit 102 Treffern in der 1. und 21 Spielen in der 2. französischen Liga seine Profikarriere. Anschließend ließ er sich in Algerien nieder und übernahm eine beratende Funktion bei den Nationalmannschaften des Landes. Die er 1986 nach Auseinandersetzungen mit A-Nationaltrainer Rabah Saadane im unmittelbaren Vorfeld der Weltmeisterschaft in Mexiko wieder aufgab. 2003 wurde er aufgrund seiner Verdienste um den Sport und seines Engagements bei Projekten zur Gesundheitsförderung in Afrika zum Ritter der Ehrenlegion ernannt. Ende 2011 unterstützte er die Forderung nach einer Untersuchung des Verdachts. Zahlreiche Nationalspieler hätten in den 1980ern mit Wissen des Algerischen Fußballverbandes unerlaubte Medikamente eingenommen, wodurch es bei mehreren ihrer später geborenen Kinder zu Missbildungen gekommen sein soll. Stationen Flo-i-Mont bis August 1971 C.S. Sedan September 1971 bis 1973 C.R. Belcourt 1973 74. C.S. Sedan 1974 bis 1984 Paris Saint-Germain FC 1984 85 Stel O. G. Zeneca In der Nationalmannschaft Erstmals schon mit 19 Jahren spielte Muss Dalib im grünen Trikot der algerischen Nationalmannschaft. In seinem zweiten Spiel beim Palästina Cup Anfang 1972 erzielte er den Ehrentreffer seiner Phoenix als Wüstenfüchse, werden Mannschaft und Spiele Algeriens bezeichnet, bei der 1 zu 3 Niederlage gegen Gastgeber Irak. Bis November 1983 bestritt er 16 offizielle Alländerspiele, in denen er drei Tore schoss. Dazu kamen mindestens vier Spiele gegen europäische Vereinsmannschaften und eine nicht exakt feststellbare Anzahl in offizieller Ländermatches, teilweise auch mit der Militär-Nationalauswahl. Zum Zeitpunkt seiner Rückkehr nach Frankreich sollte Ali bereits 20 Partien aller drei Kategorien absolviert haben. Darunter neun offizielle und die ersten beiden seiner insgesamt fünf Weltmeisterschaftsqualifikationsspiele. Er war auch bei den panafrikanischen Spielen 1973 in Lagos in allen drei Vorrundenbegegnungen dabei und hat dort gegen Tansania zwei Tore geschossen. Nach seiner Rückkehr nach Frankreich wurde er allerdings bis Mai 1981 nur noch in einem einzigen Spiel eingesetzt. Ehe er bei der Qualifikation für die WM in Spanien unter anderem bei dem überraschenden Erfolg gegen den amtierenden Afrikameister Nigeria wieder. Dabei war Trainer Rachid Miklau, wie berief Mustafa Daleb folgerichtig auch in sein WM-Aufgebot 1982 in Spanien bestritt er alle drei Vorrundenbegegnungen. Der Phoenix, insbesondere aufgrund seiner Leistungen beim 2 zu 1 Erfolg über Deutschland, dem ersten Sieg einer afrikanischen über eine europäische Mannschaft bei einem Weltturnier, als er gemeinsam mit Lacta Bellamy im Mittelfeld ansehnlich und wirkungsvoll die Fäden zog. Schrieb er sich neben anderen algerischen Profis wie Ali Faghani, Bellamy und Rabah Majer in die Annalen des algerischen Fußballs ein. Und die Bilder, auf denen er leichtfüßig einen tumpen Teutonen austanzt, werden bis in die Gegenwart abgedruckt. Allerdings wurde er zusammen mit den Phoenix anschließend auch zum Opfer des deutsch-österreichischen Nicht-Angriffspakts von Chiron. Auch sein letztes Länderspiel bestritt Mustafa Daleb gegen eine Nationalelf aus dem deutschsprachigen Raum. Als die Schweiz im November 1983 mit 2 zu 1 in Algier gewann, Palmares, algerischer Wiesemeister, französischer Pokalsieger, Ritter der Ehrenlegion. Ritter der Ehrenlegion Ritter der Ehrenlegion Ritter der Ehrenlegion